so hallo und herzlich willkommen auf dem schönen kanal angel readings ja tun es an wunderbar ich begrüße dich schön dass du eingeschaltet hast an diesen schönen samstag für das samstags orakel da greife ich eigentlich immer mal so eine frage auf die mich in den ganzen persönlichen readings unter der woche häufig ereilt das habe ich jetzt unter der woche schon so ein bisschen eingebaut und da ist mir doch glatt meine berühmte spiegellegung durchgeflutscht mein bestseller das quasi meistgebuchte reading bei mir am kanal oder in auf meiner homepage das wollen wir natürlich auch nachholen also wir schauen immer mal rein in die energien wie sind denn da so die gegensätze na wir schauen mal bei in der gedanken in der kopfebene rein was denkst du was denkt er dann in der gefühlsebene was fühlst du was fühlt er um da mal zu sehen ja match da vielleicht was nicht so richtig kann man da vielleicht mal so ein bisschen anders vorgehen war wo hakt so hapert wo hängt und dann schauen wir natürlich auch noch mal in die tendenzen rein wie kann es da weitergehen wie geht es weiter was steht zur verfügung was soll man lieber lassen oder bringt das überhaupt dann was und da schauen wir jetzt auf jeden fall mal rein und ich entschuldige mich natürlich dass ich mein telefon nicht leise gemacht habe das war meine lidl app so jetzt mal schauen ich mache mich mal klein ich habe schon gemischt und ausgelegt das mache ich wenn es viele karten sind oder ein großes deck mache ich das dass ich vorher erst mal mische und das dann alles so hin dreh und tu dass es nicht kreuz krumm da liegt und du dir dann denkst ja was ist denn hier los wann geht es denn endlich zur sache na so wir wollen ja mal schauen ich habe auch meine tolle feder endlich wieder hier auf der seite das ist deine seite die seite der frau und hier ist die seite des mannes also von deinem gegenüber wenn du als man so siehst drehst dir bitte einfach um wir haben hier oben in der ersten reihe ja so ein bisschen am die kopf die gedanken ebene dann haben wir hier die herz ebene in der mitte und da unten das sind dann so ein bisschen die tendenzen bei dir bei ihm wie kann es weitergehen es ist eine kollektiv legung ganz klar kann nicht für jeden passen wenn du sagst oh wie schön ich möchte auch mal eine spiegellegung haben um vielleicht mal herauszufinden wo jetzt da genau der sand im getriebe ist bei mir und meinem wunschpartner also deinem wunschpartner ja dann schreibe mich einfach gerne an meine nummer ist ja in der infobox oder du kannst es auch direkt über meine homepage angel-readings.de buchen dann bekomme ich eine e mail und dann melde ich mich gleich bei dir und schreibt dich an dass man da ausmachen worum es dir genau geht weil sonst wird es ja zu allgemein worauf ich genau schauen soll in den karten und das ist ganz schön und ich freue mich wenn du dich meldest aber wir fangen jetzt mal an und schauen mal rein bei dir in der kopfebene da oben ja das sehe ich schon da ist das glück da da haben wir die lilien das ist ja so eine karte für sex sinnlichkeit romantik wachstum schönheit harmonie also auch eine ganz tolle karte neben dem haus also das ist der ort eigentlich wo du dich wohl fühlst dein inneres zu hause aber natürlich auch der ort wo du lebst wo du wohnst und die sonne noch dazu also hier die große glücks karte noch bei dir in der kopfebene das heißt also ja ein feuerwerk im kopf da schaut es gut aus da fühlst du dich gut du bist mit deinen gedanken absolut auf ihn eingestellt da gibt es jetzt überhaupt nichts wo man sagen kann nach der ist aber nicht so da schaut super aus lauter tolle karten drin und dein kopf ist absolut 100 prozent bei ihm bei der beziehung oder bei dem wunschpartner bei ihm ja ähnlich aber so ein bisschen anders weil da liegt der berg mit drin der bär ja der ist erst mal kraft stärke ausdauer ein kräftiger eine starke männliche person der anker für halt für sicherheit für stabilität aber da liegt jetzt auch noch der berg also ich sehe schon bei ihm in der kopfebene da macht er sich so ein bisschen gedanken wenn es um dich geht ob das was wird weil der berg steht für schwierigkeiten für hürden und blockaden also er hat hier auf der kopfebene so ein bisschen die blockaden liegen aber ich kann mir schon vorstellen oder ich sehe an den beiden karten schon dass er hier auch wenn er an dich denkt an eine starke beziehung denkt vielleicht ist da noch irgendwas wo sagten da bin ich noch ein bisschen blockiert was dich angeht da muss ich noch mal warten noch mal schauen wie das ist wie sich das entwickelt kann ja auch sein dass das einfach ein mann ist der so ein bisschen ja die dinge langsam angehen lässt also da so ein bisschen noch die blockaden drin aber auch zwei sehr starke karten und bei dir da oben eben auch also so schaut es da schon mal sehr sehr schön aus in der herzebene wenn wir mal reinschauen ja bei dir dein herz sehnt sich nach liebe ist sich aber nicht so ganz sicher also hier die lupe da geht es darum ja wenn ich was anschaue wenn ich was genauer anschauen da halte ich die lupe drauf jetzt in dem fall auf den wunschpartner was macht der wunschpartner wie verhält sich der wunschpartner wieso ist der wunschpartner blockiert na also hier auch da wären jetzt die über die lupe drauf gehalten ob sich dein herz öffnen kann die liebe liegt da bei dir in der herzebene also dein herz sieht sich schon nach liebe sucht auch nach der liebe ist sich aber nicht so ganz sicher vielleicht liegen hier ja die masken drin weil bei ihm oben hier noch ein bisschen blockaden sind in der kopf vielleicht merkst du das vielleicht blendest du das hier im kopf aus aber dein bauchgefühl das betrügt und belügt dich ja nie na deswegen liegen hier vielleicht auch die masken drin wo du dir da nicht so ganz sicher bist na also so ein bisschen hier die unentschlossenheit sollst du dein herz jetzt ganz für ihn öffnen oder nicht aber das kannst du gerne tun denn seine gefühlswelt schaut auch sehr sehr schön aus da haben wir das schiff ja das ist eine langsame karte klar ist aber auch für träume für sehnsüchte für ziele da der ring ja die karte der partnerschaft eine karte wo man sieht da läuft es rund die lilien wie gesagt sechssinnlichkeit romantik schönheit wachstum harmonie also bei ihm in der herzebene fühlt er sich wohl wenn er an dich denkt da schaut sehr sehr gut aus wir haben hier einen kleinen denker der denker der gibt dir eben das gefühl dass du so noch nicht so ganz dich öffnen kannst so ein bisschen die unsicherheit ist bei dir da im herz in der herzebene in der gefühlsebene aber ich muss jetzt auch sagen wir haben ja noch die tendenzen aber schauen wir mal rein wie es da weitergeht da haben wir nämlich hier bei dir den mond den baum und ihn also deine gedanken der mond ist das innere na die wünsche die ängste auch emotion intuition deine innenwelt in bezug auf euer wachstum der baum auch die karte des lebens ja und da kommt auch schon er ja also bei dir in den tendenzen wie es weitergeht auch hier deine gedanken rund um ihn das sind schöne gedanken das sehe ich ja hier an der kopfebene hier geht es ums wachstum um die stabilität um die festigkeit und der gute mann der spielt auch eine rolle also das hat man hier in den tendenzen sehr sehr schön aus was da kommt und bei ihm ja da auch weil da ist tatsächlich bei ihm die karte der liebe gefallen der erklärt sich ja von selbst der stern da bist du da schaust auch du sogar noch drauf bei ihm das ist die karte der klarheit der fülle der wunscherfüllung na also auch der spiritualität aber ich nehme den stern jetzt hier eigentlich auch als die wunscherfüllung war dass man sagt wenn es bei ihm um die tendenzen wie es weitergeht geht dass man da guckt dass du da legst auf die wunscherfüllung schaust und die liebe liegt auch da also das ist eine ganz tolle reihe wie es bei ihm weitergeht bei dir auch deine gedanken spielen hier weiterhin eine rolle es geht um ihn und da heißt es einfach ja dranbleiben weitermachen na da schaut es sehr 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 gut aus na ja die beiden unterseiten des decks bei dir der brief gefallen dass es die kommunikation ja vielleicht hilft es auch mal ein gespräch mit ihm zu führen was bei ihm in der kopfebene hier so ein bisschen für blockaden sorgt wo da wo es da hapert wo es da hängt deswegen vielleicht die die kommunikation dass wir bei dir hier an der gefühlsebene die masken auch noch wegkriegen dass man ja hier dafür sorgt dass er nicht so viel denkt dass du dich besser fühlst bei ihm die karte an der unterseite des decks der reiter na das ist auch eine schöne karte für einen positiven aufbruch einen positiven ausgang allein positive dinge also der reiter ist eine ganz ganz tolle karte von daher kann man sagen ja let the show beginn da geht es jetzt einfach nur noch ein gespräch dass man vielleicht den berg weg bekommt und bei dir die masken und dann schaut es natürlich super schön aus na also gefällt mir wirklich sehr gut und energie ist top ja also da ist momentan so ein bisschen in der kollektivenergie sind dazu die vibes da dass man sagt okay da gibt es noch ein paar kleine stellschrauben zu drehen und dann wird das alles laufen und funktionieren und daher schaut sehr gut aus meine lieben mit diesem fazit kann ich euch jetzt auch wieder entlassen und bevor ihr auf liegt bevor ihr abschaltet ja wenn es dir gefallen hat zeigt es mir natürlich gerne mit einem daumen drauf schreibt mir auch gerne in die kommentare wie er es gefunden habe bis bei euch momentan so ist in bezug auf den partner dass ich so ein bisschen die energie von der lieben angel readings community auch aufnehmen kann und wie gesagt wenn du mal für dich ganz persönlich dein wunschpartner die spiegellegung möchtest dann schreibe mich gerne an kein problem bei mir ist alles total unkompliziert ich freue mich wenn du dich meldest und ja wünsche euch jetzt einen ganz ganz tollen samstag bleibt entspannt bleibt locker habt euch alle lieb und wir sehen uns ja dann beim nächsten video servus